Tag, auslösen noch einmal. Komm, das hast du. Dumme Sonne. Meine Gesandten Jünger, ich hoffe, euch geht es gut. Nachdem das letzte Video so gut ankam, dachte ich, mache ich mehr Videos in der Art. Das Video hatte nur rund 10.000 Aufrufe, weniger als sonst meine Videos. Also habe ich ein paar Clips und TikToks rausgesucht, wie zum Beispiel Ellotrix, der jetzt einen leichten Sonnenbrand hatte. Bin ich der Einzige, der an eine Verkehrspilone gedacht hat? Das Video wird wieder ehrenlos. Bei den Verbrennungen dritten Grades kann Ellotrix glatt einen Krankenwagen rufen. Halt die Frenze! Ich weiß jetzt schon, was in den Kommentaren kommt. Apropos Geiern, habe mir in den YouTube-Analytics meiner letzten Ommel-Videos angeguckt, welche Stellen am meisten wiederholt wurden. Soll ich mit einem anderen Licht machen? Oder muss ich so machen? Emily, was sagst du dazu? Warum seid ihr solche Geier? Okay, anderes Thema. Kennt ihr doch das Teil, womit man Äpfel auf einmal schneiden kann? Das gibt es jetzt auch für Toastbrot. Okay, 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 okay. Na gut, wenigstens hat der Bart. Im Gegensatz zu mir. Anstatt darüber zu weinen, lieber ein Loch am Strand schaufeln. Wie geil ist das bitte? Ich frag mich nur, was die Kommentare sagen. Bros building a trench? Was heißt Trench? Trench. Graben. Für den Fall der Fälle wären die Jungs für den Krieg vorbereitet. Taffi, wo sind die Bitches? Die sind da hinten. Die sind da hinten. Der Mann war, glaube ich, auch zu lange in Warzone. Er hat kurz eine Drohne erspielt. Darauf ein Tiervideo zum Runterkommen. Warte, was? Oh, Dinger. Mein Mikrofon schmeckt salzig. Okay, vielleicht ein anderes TikTok zum Runterkommen. Ich will gar nicht in die Kommentare gucken. Es war wieder klar, immer diese positiven Kommentare. Naja, besonders positiv läuft es auf der Baustelle. Bisschen Scheißhauptschweiß. Ehrlich? Ja. Okay. Arschloch. Bitte, ich kann so einen Schirr zum Augen. Ich denke nicht. Bei der Stimmung auf dem Bau werde ich lieber Streamer. Damit bin ich fast so inaktiv wie unsympathisch auf seinem Hauptkanal. Halt die Frenze! Aber auch nur fast. Den Jog kann ich jetzt auch nicht jedes Video bringen. Aber eins müsst ihr wissen. Ich werde oft gefragt. Wann streamst du wieder? Fragezeichen. Du Huren, antworte. Philipp, danke, dass du so nett fragst. Normalerweise kriege ich immer solche Instagram-DMs. Riffdown. Kennst du das eigentlich so, wenn du einfach so chillst und plötzlich wirst du so hart? Warte mal. Hat der ein Hund als Profilbild? Hunde sind echt cool und auch sehr beliebte Haustiere. Aber was ist mit Pferden? Dicker, einfach in Köln City. Ich gucke auf den Balkon. Ein verficktes Pferd. Wie ist das Pferd da hochgekommen? Das war wieder genug Internet für heute. Wenn ihr sehen wollt, wie ich auf Ebay Kleinanzeigen-Fails reagiere, dann lasst es mich auf gar keinen Fall in den YouTube-Kommentaren wissen. In dem Sinne wünsche ich euch ein Wunderschön. Ich hab's dir angeboten. Ich hab's dir angeboten. Mach dein Ding.